ja meine lieben sehen die nicht einfach nur kräftig und toll und stark aus ja hallo und herzlich willkommen zu ein neues video meine lieben heute in dieses video möchte ich euch ein bisschen was zeigen vorbeugen erstmal braunfäule wie kriege ich meine tomate schmackhafter wie geizig aus wie könnte ich mit den geiztrieben noch ein bisschen aus geizen und ausreizen das möchte ich alles in dieses video mal euch mal zeigen ihr seht ja vielfalt von tomaten einmal hier straucht tomaten busch tomaten und alles so was von der vielfalt ich suche mir jetzt eine bestimmte tomate raus die schon ein bisschen mehr ansätze hat und dann zeige ich euch das mal ich fange an mit der tomate harzfeuer kann man richtig gut sehen das ist die hier hinten ich habe sie an eine stange wächst sie hoch bei den geiztrieben das ist ein geiztrieb daneben dieser geiztrieb muss man nicht ausgeizen kann man ausgeizen ich mache es ich kann es nur jenen empfehlen weil die meiste kraft geht in den geiztrieb die pflanze denkt wir müssen diesen geiztrieb voranbringen und in blüte bringen aber ich möchte ja auch früchte und wie ihr alle genauso auch früchte denn kann auch mal passieren hier oben wo mein finger hin zeigt das ist die krone von der tomate es kann immer passieren dass die krone aus versehen mal abbricht denn habt ihr noch gott sei dank eine krone hier dieser geiztrieb wenn mal die krone abbricht die geiztrieb dran lassen unterhalb alles abmachen ihr braucht nur hier an der seite einmal clip und da ist dieser geiztrieb vorbeugend auch für die braunfäule unterhalb alle blätter abmachen muss ich noch tun die sehen genau so aus die blätter und meine finger müsst ihr schön aufpassen handschuhe die werden saumäßig gelb ne so und weiter geht's zum geiztrieb wenn ihr so einen krassen geiztrieb wie ich hier habe einfach knick ab ist er und diesen geiztrieb hier müsst ihr nicht unbedingt wegschmeißen wenn ihr von diese pflanzen noch mehr haben wollt einfach in wasser stecken ruhe ist es und dann könnt ihr ein paar wochen wurzelt sie könnt ihr sie ich sag mal genauso auch wie bei mir hier in gewächshaus reinpflanzen dazu ab mal denn möchte ich euch noch vorbeugen für die braunfäule möchte ich euch gerne mal was zeigen so natürlich habe ich ja gesagt ich möchte noch euch zeigen wie man braunfäule noch vorbeugen kann und schmackhafter ein tipp von mir ich nehme eine fünf liter die scanner befüllen sie sie ist jetzt ungefähr vier liter voll hier steht eine zehn liter fünf liter zehn liter hier mache ich jetzt ist eine ganz normale milch aus dem laden gekauft die mache ich auf wie ihr gerade sieht da mache ich jetzt was rein wie wir mögen das jetzt gewesen sein 100 milliliter vielleicht kann man recht gut sehen so und natürlich noch trockenhefe kann man muss man nicht und danach mit das regenwasser komplett die milch und die trockenhefe aufgießen rühren rühren oder in einem eimer mit milch und wasser mit die trockenhefe aufrühren kann man muss man nicht ich mache das grundsätzlich öfters mit milch so beug ich braunfäule vor letztes jahr zu das video mit den ganzen braunfäule da ging komplett alles unter da war es einfach viel zu spät die milch behandlung was ich jetzt euch gerade gesagt habe das kann man auch an den weinstöcke machen zum beispiel an die weintrauben da kommt ja immer milltauern dann braucht ihr eigentlich nur wasser milch und eine sprühflasche und braucht ihr nur sie einsprühen da braucht ihr nichts kaufen noch mal zurückzukommen die trockenhefe rührt sie in einen eimer an mit milch und dann löst sie sie auf so ich gieße jetzt mit wasser auf so ungefähr jetzt sind noch zwei liter drin und ich nehme genau diese zehn liter gießkanne und gießt einfach bei mir hier in die tomaten ganz gewöhnlich rein mehr mache ich nicht zack und zack mehr mache ich nicht ich könnte jetzt komplett hier durchgehen zack und zack und das brauche ich nur einmal durchgehen und dann sind alle pflanzen einmal vorbehandelt gegen braunfäule na also das mache ich so und die trockenhefe ihr könnt auch die trockenhefe in würfelformat hauptsache sie löst sich richtig schön auf und dann macht das sinn das könnt ihr haargenau das gleiche trockenhefe mit milch und wasser aufgießen einmal durchgießen perfekt so und jetzt möchte ich euch mal was richtig geiles zeigen jetzt nämlich wieder eine fünf liter gießkanne 5 liter gießkanne für sie wieder so für sie wieder und ich muss mir aber noch ein stock holen moment so dann nehmt ihr einfach ganz gewöhnlich jodsalz warum jodsalz um wasser ganz einfach jodsalz um wasser einfach die tomaten mensch terrence unterbreche mich doch nicht ganz einfach die tomaten damit gießen die tomaten unglaublich die werden richtig schmackhaft und leicht würzig ihr als tipp kann ich euch auch noch empfehlen pflanzt euch wenn ihr möchtet schnittlauch petersilie rosmarin basilikum alles so eine kräutersorten was ihr möchtet einfach rein pflanzen die würze haben einfach rein ich habe es jetzt dieses jahr nicht gemacht weil ich mein tolles kräutergewächshaus habe das werde ich aber stück für stück nachholen jetzt möchte ich euch erst mal diesen tipp zeigen das ist richtig gut das habe ich letztes jahr auch gemacht ein zwei pflanzen waren richtig super von mir ich werde jetzt genau zwei pflanzen gießen die werde ich jetzt mit euch markieren und herauszufinden wenn die tomaten für tomatenverlosung wollte ich gerade sagen tomatenverkostung ist werden wir genau herausfinden ob es wirklich so ist weil ich hatte letztes jahr zwei pflanzen auch damit gegossen und sie war wirklich unglaublich würzig so ich nehme einfach hier jodsalz ganz gewöhnlich jodsalz macht das euch irgendwie in eine schüssel in eine tasse wie auch immer am besten drei teelöffel drei teelöffel auf fünf liter habe ich immer so die ist jetzt wieder nicht ganz voll das ist jetzt 4,5 liter sind da drin vielleicht ich schütte jetzt ungefähr prima daumen einfach rein so und ich sag mir so eine fünf liter gießkanne auf drei teelöffel so habe ich es gemacht so könnt ihr es gerne auch übernehmen einfach ausprobieren gießt zwei drei tomaten auch paprika sie wird richtig würzig aber passt auf auf melone honig melone zucchini und alles das würde ich nicht gießen und jetzt dafür habe ich extra den stock geholt und jetzt kräftig rühren bis das salz sich aufgelöst hat rühren 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 und wir rühren und es ist ganz doll heiß 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 und im gewächstunnel ist es noch heißer so und wir nehmen uns dass das wasserchen ich suche mir genau zwei tomaten aus meine lieben und ihr merkt euch ganz genau wie sie heißen das ist übrigens eine brandnagelneue sorte von mir in meinen samenkasten die heißt kakao tomate das sind genau diese zwei objekte hier und die merkt ihr euch kakao tomate genau in der stand sie und ich gieße jetzt genau in diesen topf rein so und ich gieße jetzt alle vier fünf tage einmal mit mein salzwasser die beiden kakao tomate merkt euch die beiden und bei der tomaten verkostung werde ich genau die zwei tomaten herauspicken und da bin ich sehr gespannt weil ich habe noch zwei kakao tomaten und den unterschied herauszufinden nächstes jahr möchte ich gerne mit basilikum rosmarin und alles genau da wo die töpfe jetzt stehen genau da eine rosmarin basilikum genau hier hier genau in der mitte basilikum und rosmarin oder schnittlauch schnittknoblauch reinpflanzen ist richtig richtig geil so ihr seht ja ganz genau an mir bei mir läuft richtig krass die suppe wenn ihr was mit den tomaten vor habt irgendwas macht wie pflücken ausgeizen und kraut egal was ihr an tomaten macht ihr seht das ganz genau an meine finger zieht euch handschuhe oder gummihandschuhe an oder nimmt euch eine gartenschere und schneidet stück für stück die blätter ab unterhalb alles ab das mache ich jetzt nebenbei auch noch schnell stückweise alles abbrechen und alle geiztriebe schön raus und ich habe ja von geiztriebe geredet ich habe natürlich paprika hier auch zu stehen möchte ich euch auch gerne mal zeigen und melone sowieso bei der paprika ist das haargenau das gleiche wie bei den tomaten wenn hier zwischen den blütenachsel hier also blattachsel hier ein trieb rauskommt das ist haargenau ein geiztrieb den könnt ihr natürlich rauskneifen müsst ihr aber nicht ich passe immer schön darauf auf dass oben die paprika dreiachsig ausläuft und das dazwischen habt seht ihr habe ich schön ausgekniffen ja das mache ich so und ich finde das auch sehr sehr gut dieses jahr ja ein schnelles kurzes schnelles video ich hoffe die tipps helfen euch mir helfen sie schon lange nur letztes jahr haben mir meine milch gegen braunfäule leider nicht mehr gewirkt die braunfäule war einfach viel zu weit fortgeschritten und jetzt wollte ich einfach vor die zwei tomaten die ich gerade euch gesagt werde ich nicht gegen die braunfäule behandeln da werde ich einfach nur mein salzwasser gießen merkt euch die schreibt das mal unten rein schreibt man in den kommentare ob die tipps euch hilfreich waren oder nicht schreibt mal rein mich würde das mal interessieren gibt mir einen daumen wenn euch das video und die tipps hilfreich waren bis zum nächsten mal eure selbstversorger sandroth